Philipp, weißt du schon, was bei Twitter abgeht? Ja, bei Twitter geht ab, dass jetzt mein Twitter-Logo nicht mehr ein Vogel ist, sondern X. Und da steht jetzt X. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe eine nicht-jugend-freie App auf meinem Handy. Darüber hat mir, glaube ich, schon letzte Woche geredet, dass das Logo geändert wurde. Und ich bin sehr disappointed. Also ich muss sagen, es fühlt sich sehr unsympathisch an, in diese App reinzugehen. Also dieses helle Blau und dieser Vogel, für mich haben die eine Bedeutung gehabt. Also zumindest mal, ja, irgendwie fand ich es auch schöner. Keine Ahnung. Zurückzeit fühle ich mich sehr düster plötzlich. Aber der Elon Musk, der hat es gedacht, wenn wir ein neues Logo haben, müssen wir das neue Logo natürlich auch ordentlich promoten. Und dann hat er das Logo aufs Dach gestellt. Und zwar ein leuchtendes Logo. Und weißt du, was das leuchtende Logo verursacht hat? Ich glaube, ich habe gesehen, dass das so stroboskopartig die ganze Nacht durchgeblitzt hat. Ja, genau, das war es. Also es hat richtig, richtig krass geblinkt. Und man hat die Anwohner verärgert. Also die Anwohner waren richtig, richtig verärgert. Und die Konsequenz davon war, also es war auch gar nicht genehmigt oder so, dieses Logo. Und es ist schon wieder runter, so wie ich verstanden habe. Es hat sich auch, glaube ich, gedreht. Also es war so wirklich so wie so eine krasse Disco-Kugel. Ja, erst probieren und dann fragen, ob man darf. Das ist Elon Musk Lebensmotto. Das würde ich auch sagen, dass er das gemacht hat. Ich meine, klar, da geht er nur in einem kleinen Kreis von Leuten im Vergleich zu Twitter auf den Sack. Aber hat er auf jeden Fall sehr gut verkackt. Die wissen auf jeden Fall allerletzt, dass Twitter Ex heißt. Genau. Naja, vielleicht kann man, vielleicht hat das auch eine Marketingkampagne, um in die Medien zu kommen, damit möglichst viele Leute den Wandel mitbekommen. Ja, das kann auch sein. Wobei, ich glaube, er wollte einfach sehr stark aufmerksam machen. Das war dann so ein Side-Effekt. Genau. Ich vermute es auch. Das Büro, das er übrigens nicht bezahlt, glaube ich. Ja, und damit herzlich willkommen zum Equisto-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche über die wichtigsten News der Wirtschaft, der Börse und allem, was so da drumherum noch passiert im Dunstkreis. Unter anderem natürlich aktuell viel über Twitter und Ex und Elon Musk, weil da einfach viel passiert. Aber diese Woche sprechen wir auch noch über ein paar andere Themen. Wir sprechen über Birkenstock. Wir sprechen über die USA und ihr Kreditrating. Über die Inflation. Und dann haben wir noch ein paar Earnings. Und zum Schluss kommt das Beste, nämlich, da sprechen wir dann nochmal über Halmer, ein Unternehmen aus Großbritannien, das durch, ja, ich würde sagen, moralische Investments und eine sehr gute Rendite überzeugt. Benjamin, ich habe aktuell Birkenstock an, Birkenstocks an. Ich weiß nicht, ob du auch welche zu Hause hast. Wenn du keine hast, kannst du demnächst aber vielleicht Birkenstock-Aktien zumindest kaufen. Ja, habe ich auch mitbekommen. Und ich frage mich, hast du den Barbie-Film schon gesehen? Ne, habe ich nicht. Aber ich habe gehört, dass die auch Birkenstock trägt. Also, im Film kommt auf jeden Fall Birkenstock vor und es kommt Birkenstock auch auf die Weise vor, wie man es sich, glaube ich, vorstellt, als Schuhwerk für besonders langweilige Leute, die in der Realität leben, während natürlich die tolle Barbie lieber High Heels trägt in pink und, ja, einfach halt irgendwie Schuhwerk, das man natürlich sonst nicht so alltäglich trägt. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig, dass Barbie diese Schuhe mit in den Film aufgenommen hat und darüber werden wir auch gleich nochmal reden, weil ich glaube, es gibt einen kleinen Barbie-Effekt auf jeden Fall, was den Birkenstock-IPO angeht. Ja, und alle LVMH-Aktionäre, freut euch, denn Birkenstock gehört zum Teil euch. Genau, Birkenstock gehört nämlich einer Investmentfirma, die El Cataton heißt. Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ich würde es mal El Cataton aussprechen. El Cataton, sehr gut. Ja, Bernhard Arnault, bitte verzeih, denn das ist eine, ich denke, das ist die Familienholding von Bernhard Arnault und, ja, die ist da mit LVMH verstrickt und die wollen IPO machen, der soll im September kommen. Und Birkenstock soll zu einem, ja, ich würde sagen, sportlichen Wert von 8 bis 10 Milliarden Dollar an die Börse kommen. Und das wäre eigentlich ein ganz guter Deal, denn das Ding wurde für etwa 4 Milliarden gekauft, äh, 4,5 Milliarden. Genau, ähm, noch so ein kleiner Einschub, also El Cataton besitzt die Mehrheit an Birkenstock, das ist ja eine Firma aus Linz am Rhein, also NRW. Und ich weiß sogar, in welchem Restaurant der Deal unterzeichnet wurde, als Birkenstock gekauft wurde. Äh, das, äh, habt ihr ja exklusive Insider-Infos. Naja, also, ähm, auf jeden Fall, nicht die ganze Firma wurde verkauft, ein Teil der Birkenstock-Familie hat immer noch Aktien, das heißt, beim IPO werden die wahrscheinlich auch noch ein paar Aktien behalten. Ähm, nur 80 Prozent wurden meines Wissens verkauft an El Cataton und El Cataton gehört zu einem Teil zu LVMH und zu einem Teil der Familienholding von Bernano. Also, ähm, El Cataton ist selbst nochmal eine Firma, die, also es ist jetzt nicht die Holding der Familie, sondern so ein Private Equity Arm, der eben zum Teil LVMH und zum Teil der Familienholding gehört. Ähm, also hier aber der LVMH-Familie. Okay, genau, und ganz interessant, also IPO soll vielleicht schon im September passieren und ich glaube, man versucht einfach ein sehr positives Momentum auszunutzen. Also, gute Kennzahlen, die man natürlich aktuell hat, irgendwie 1,2 Milliarden Euro Umsatz, ähm, plus irgendwelche Adjusted-Gewinne von fast 400 Millionen Euro. Ähm, und was ich ganz interessant fand, man hat schon vor einem Monat von IPO gemunkelt und da hieß es noch zu 6 Milliarden Dollar. Jetzt plötzlich reden wir von IPO Summen von mindestens 8 Milliarden Dollar, nachdem der Barbie-Film raus ist. Ja, würde ich auch so machen. Ähm, ich vermute mal, die werden wahrscheinlich auch da bei den Sales was gemerkt haben. Habe ich, glaube ich, sogar gelesen, dass da, dass es da schon Auswirkungen gab. Aber Benjamin, jetzt hast du gesagt, du weißt, in welchem Restaurant der Vertrag unterschrieben wurde, dann sag doch auch mal den Namen vom Restaurant. Also, das Restaurant ist in Köln, ähm, gegenüber vom Hauptbahnhof, Moment, äh, von dem Sternekoch Maximilian Lorenz, muss der heißen. Genau, der hat da zwei Restaurants nebeneinander. Das eine, ähm, ist ein Sterne-Restaurant, das andere ist so ein Wein-Restaurant, äh, sind beide relativ teuer natürlich. Das Sterne-Restaurant ist, äh, das etwas teurere und ich meine, es war in dem Sterne-Restaurant, dass der Deal dann unterschrieben wurde. Weißt du, wie das heißt? Äh, Moment, also ich weiß nur, dass das eine, es heißt Restaurant Maximilian Lorenz. Ah, genau. Aber das andere Restaurant, das hat irgendwie so einen, so einen Namen, irgendwas Hermanns oder sowas, also, ähm, das, ja, ist halt irgendwie so ein, hat so einen anderen Namen. Okay, und, ähm, jetzt spannende Frage natürlich. Würden wir, äh, würdest, oder würdest du, findest du Birkenstock als Investment grundsätzlich interessant? Ähm, ich muss persönlich sagen, nö. Äh, ich glaube, es ist echt voller Hype. Also, ich würde nicht reingehen. Kann natürlich sein, dass es da irgendwie zum IPO einen guten Kurssprung gibt. Ich denke mal, die Wachstumszahlen sind extrem. Was die jetzt auch gerade gemacht haben, ist, die haben, äh, hab ich so mitbekommen, umgestellt vom Vertrieb. So ein bisschen diese, äh, tatsächlich LVMH-Remover-Strategie. Äh, um das nochmal so in die Vergangenheit nochmal rein zu zoomen. Als LVMH-Remover aufgekauft hat. Remover war eine Premium-Marke für Koffer, war schon relativ teuer. Hat LVMH eine Sache gemacht. Erstens, sie haben die Preise verdoppelt. Äh, und zweitens, sie haben dann entschieden, dass, äh, fast jeder Remover-Händler seine, ja, seine Konzession verliert. Also, nicht mehr mit Remover beliefert wird. Weil man gesagt hat, wir werden Remover-Koffer nur noch dort verkaufen lassen, wo der, äh, wo der Kunde auch Luxusprodukte erwartet. Oder quasi, wo, wo der Remover-Koffer neben anderen Luxus- und Premium-Produkten steht. Das, äh, hat halt eben dafür gesorgt, dass dann Remover natürlich einen guten Push bekommen hat. Auch eher in diese Luxuswelt aufgenommen wurde. Und Birkenstock hat tatsächlich dasselbe gemacht. Und hat, äh, sehr viele, sehr viele Birkenstock-Händler aus seinem Netzwerk rausgeschmissen. Und geht jetzt auf eigene Stores. Also, zum Beispiel jetzt in Köln beispielsweise öffnen sie ihren eigenen Signature-Store. Äh, da gibt's ein paar Artikel zu, wo sich dann natürlich die Händler beschweren, dass sie jetzt, ähm, eigentlich ein gutes Produkt hat, mit dem sie beliefert wurden. Und da haben auch die Händler gesagt, naja, äh, Birkenstock zu verkaufen wurde auch nicht mehr so einfach. Weil inzwischen kostet ja ein Modell mindestens 80 Euro, während es halt früher irgendwie Sandalen für 30, 40 Euro waren. Und so entstehen, glaube ich, auch die 400 Euro aus, also, keine Ahnung, ob es e-Bit oder so ist. Das heißt einfach nur etwas, erbreinigter Gewinn. Äh, auf jeden Fall 400 Euro aus 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Ist schon eine krasse Marge. Äh, liegt wahrscheinlich einfach daran, dass man sehr teure Preise aufruft. Ja, ich habe jetzt noch, ich glaube, es ist noch kein IPO-Prospekt oder sowas. Wäre mal interessant, dann da reinzuschauen, wie sich auch das Umsatzwachstum verhalten hat. Aber ich glaube, der ging ganz gut. Was ich persönlich nicht so mag bei so, ähm, ein Markenunternehmen ist, dass man halt wirklich nur auf eine Marke setzt. Und dann natürlich, wenn die mal irgendwie out geht oder irgendwas passiert, hat man halt ein ziemliches Klumpenrisiko. Deswegen bin ich da eher auf der Seite von so Markensammlern wie LVMH, das einer ist. Das ist auch das Ding, was ich mir denke. Also, ich glaube, die Marke ist auch einfach sehr gehypt. Jetzt nochmal irgendwie die Valuation angehoben anscheinend wegen Barbie-Film. Ähm, wirkt auf mich alles so wie, naja, so in, in fünf Jahren tragen wir einfach wieder alle Crocs und, und wirken Stocks und uncool. Dann würde ich kurz diversifizieren. Ja, also eigentlich. Genau, aber ich weiß nicht, was wird der nächste Schuh sein? Oder, ähm, ja, Yeezys laufen ja auch wieder richtig gut. Adi, das hat ja auch bekannt gegeben irgendwie, dass sie eine halbe Milliarde Umsatz mit Yeezys gemacht haben, glaube ich. Und, ähm, naja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir halt vielleicht in fünf Jahren auch wieder einfach andere Schuhe tragen. Und, also, das wäre mir viel zu riskant, auf irgendeinen Schuhtrend zu setzen, wenn ich sehe, wie sich die Schuhlandschaft in den letzten zehn Jahren verändert hat. Man muss auch sagen, wenn man sich mal das Umsatzwachsen von Birkenstock anschaut, die sind, äh, ja, von 2007 bis 2012 praktisch, ja, sehr wenig gewachsen. Also, gut, das waren, glaube ich, so fünf bis sechs Prozent pro Jahr. Und dann sind die von, von 2012 bis 2020 haben die sich verfünffacht oder sowas. Und wer weiß, ob da nicht auch jetzt mal wieder noch eine Flaute kommt. Also, das wäre mir, glaube ich, auch wirklich ein bisschen zu riskant. Und ja, ja, ich sehe es jetzt auch hier gerade so tatsächlich, äh, ja, von so einer kleinen deutschen Nischenmarke zu einer internationalen. Und, nee, also, ganz ehrlich, da muss auch nur ein Skandal kommen. Und der Birkenstock kommt irgendwie, keine Ahnung, verunreicht das Wasser oder sowas. Da gibt es auch irgendwelche Storys. Äh, keine Ahnung, ich glaube, der Schuh wird halt auch irgendwo mit was Natürlichem verbunden, weil er halt auch so aussieht. Und vielleicht ist das, also, da sind mir zu viele Risiken mit da drin, dass die Marke auf irgendeine Weise sich mal einen Knacks holt und dann die Umsätze einfach um die Hälfte einbrechen. Naja, ich würde, ich würde auch nochmal abwarten, was so der IPO-Prospekt verrät und dann gucken wir mal. Aber bleibt auch ein Teil im Besitz von LVMH, weißt du das? Also, ich meine, bei einem IPO wirst du wahrscheinlich nicht 80% der Aktien platzieren können. Deswegen wird ein Teil bei LKetterton bleiben. Ich würde nicht sagen, dass Birkenstock eigentlich so ganz zur Strategie von LVMH passt. Deswegen ist es ja auch bei LKetterton drin. Ähm, ja, also muss man mal schauen, ob LKetterton was behält. Bei LKetterton ist es so, dass sie halt Private Equity Investments machen, also die verkaufen auch wieder mal. Und ich glaube eher dann, dass man sich als LVMH-Aktionär so ein bisschen über die Rendite dann einfach freuen kann. So, gut, dann lass uns mal weitermachen mit den USA und ihrem Verlust des Top-Kredit-Ratings. Denn, lieber Zuhörer, du hast es vielleicht mitbekommen, wir haben nicht so viel darüber gesprochen im Podcast. Trotzdem ist es da im Hintergrund viel passiert. Die USA haben ja ein ziemliches Hickhack gehabt, ähm, wegen ihrer Schuldenobergrenze. Und, ähm, jetzt kommt praktisch der, der, äh, tadelnde Lehrer, nämlich die Ratingagenturen, beziehungsweise in diesem Fall S&P und sagt, Mensch, wenn ihr, äh, euch da nicht nachhaltig, wenn ihr euch da nicht immer so schnell einigen könnt und, ähm, das für so Unsicherheiten sorgt und der ganze Markt wie, äh, so ein Herr aufgescheuchte Hühner hin und her laufen muss, dann kriegt ihr jetzt erstmal ein schlechteres Credit-Rating, weil wir vertrauen euch nicht mehr so viel. Und, äh, ja, die USA wurden jetzt runtergestuft von AAA auf AA+. Das heißt, ich glaube, da gab es auch einiges an negativen Reaktionen aus der US-Regierung. Ich glaube, äh, auch die Zentralbank in den USA, die FED, hat lautstark protestiert. Dann hat gesagt, ach, die, die, die beziehen sich da auf veraltete Daten und so weiter und so fort. Aber gut, jetzt hat S&P runtergestuft. Äh, S&P hat schon vor, vor zwölf Jahren runtergestuft. Fitch hat runtergestuft. Ach so, Fitch hat runtergestuft. Äh, okay, so rum dann. Und, ähm, ja, was für Auswirkungen hatten das jetzt eigentlich auf uns, Benjamin? Was würdest du sagen? Äh, ich, ich schaue einfach mal nach einer Sache, nämlich nach der sogenannten Risk-Free-Rate in den USA. Also sprich, was für eine Rendite bekommt man auf Anleihen, wenn man jetzt für, für zehn Jahre den USA sein Geld leiht. Und, ähm, so, wir schauen mal, äh, USA-Credit-Rating-Fitch. Schauen wir mal, wann das passiert ist. Das ist jetzt öffentlich geworden vor zwei Tagen. Wir haben ja jetzt heute den 5. August, wenn wir das aufnehmen. So, und jetzt sehe ich das. Tatsächlich, äh, du hast 0,12 Prozentpunkte mehr Rendite bekommen auf zehnjährige US-Staatsanleihen. Also es hat sich schon am Anleihenmarkt ausgewirkt. Einfach diese zusätzliche Unsicherheit, die du im Kurs hast. Und ich würde sagen, auch für Anleiheninvestoren ist das natürlich wichtig, weil du willst ja möglichst in Anleihen höchster Bonität zum Beispiel investieren, wenn du eine Versicherung bist, wenn du, ich weiß nicht, vielleicht auch einfach so ein Anleiheninvestor bist, dann ist das für dich relevant, wie hoch ist die Ausfallwahrscheinlichkeit. Und im Endeffekt misst ja das Kredit-Rating das. Und im Fall von jetzt, du bist ein Aktieninvestor in den USA, würde ich sagen, es ist echt so marginal, so irrelevant, weil, ganz ehrlich, ob jetzt irgendwie die Ausfallwahrscheinlichkeit 0,1 Prozent ist oder 0,2 Prozent von den USA, ich würde sagen, es macht wenig Unterschiede. Und bisher haben die USA immer ihre Schulden bezahlt. Okay, also eigentlich schnelles Thema. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Inflation. Denn es gibt, ja, jetzt nicht unbedingt neue News zu der Inflation in den USA. Die Kerninflation liegt bei 6,6 Prozent. Aber die EZB sagt wohl, es wäre jetzt dort ein Peak erreicht. Nämlich, dass wir aktuell an dem Punkt sind, dass die Inflation, also die Kerninflation, die wichtige Inflation quasi, dass die nur noch sinken wird. Also auf deutscher Ebene sind wir, glaube ich, bei 5,5 Prozent. Und das ist wohl jetzt das höchste Niveau auch sein soll, das wir gesehen haben. Und ab jetzt soll es nur noch runtergehen. Was eine ganz gute Ansage ist. Nächste Sitzung ist ja jetzt in einem Monat, 13. September. Und die Christine Lagarde, die hat zumindest mal gesagt, eine Zinserhöhung könnte auch mal Pausen bekommen. Ja, könnte beides passieren. So die Aussage. Also im Grunde ähnliches Spiel wie auch in den USA. Man weiß jetzt nicht so genau, Pause oder nicht. Wir wissen es natürlich auch nicht. Aber wir werden es euch dann erzählen, wenn es soweit ist. Genau. Aber ich habe eine Sache, die ich noch ganz interessant fand. Nämlich, mir ist es jetzt so beim Tanken aufgefallen, die muss eher, oder dir ist es wahrscheinlich noch viel mehr aufgefallen, dass die Spritpreise einfach richtig hochgegangen sind. Jetzt in den letzten Wochen. Weiß nicht, hast du es beobachtet? Ja, ja, ich habe es beobachtet. Du fährst ja einen Diesel, ich fahre Benzin. Ich muss sagen, ich gucke nicht so sehr auf den Dieselpreis. Aber ich glaube, bei Benzin ist es auch schon wieder auf über 1,70 oder so gestiegen. Und das war mal zwischenzeitlich unter 1,60. Ja, also auf jeden Fall, ich habe Diesel in der letzten Zeit immer versucht, irgendwie so für 1,50, 55 zu tanken. Und jetzt bin ich, glaube ich, auch eher schon bei 1,70. Also wir haben innerhalb von einem Monat 14% Ölpreiserhöhung gehabt. Und man merkt das richtig krass an den Tankstellen. Also die Preise sind enorm hochgegangen. Ja, und das bedeutet natürlich auch, wenn die Preise für Öl hochgehen, dass wenn die Preise dann für Gas sind dann wahrscheinlich auch hoch und gleichzeitig natürlich die Preise für Benzin hochgehen, wird sich das in der Inflation auf jeden Fall bemerkbar machen. Und mich würde es nicht überraschen, ohne jetzt auf irgendwelche Forecasts geschaut zu haben, dass die Inflation sogar entweder stagniert oder steigt, dadurch, dass wir jetzt steigende Ölpreise haben. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oh, ich sehe auch gerade, Sprit kostet fast sogar 1,90. Ja, das ist krass. Also ich meine, so letztes Jahr war es das erste Mal, dass man sich echt daran gewöhnen musste, dass irgendwie Sprit 2 Euro kostet. Wo ich sagen würde, das hat man noch nie in Deutschland gesehen, dass es so an einer regulären Tankstelle so viel kostet. Und natürlich, also in der Kerninflation wird sowas wie Benzin rausgerechnet, weil einfach Ölpreise und Lebensmittel, irgendwelche Gurkenpreise, irgendwelche Tomatenpreise und so schwanken zu schnell, dass man das irgendwie berücksichtigen könnte und man in der Kerninflation eben andere Sachen nimmt. Da ist dann die Miete zum Beispiel relevanter. Aber ja, also auf jeden Fall diese Ölpreise sorgen dafür, dass die Inflation, die volatile Inflation höher bleibt. Und Vonovie hat jetzt auch Zahlen berichtet und die haben gesagt, dass sie die Mieten im Schnitt um 3,5% angehoben haben. Also auch da, Inflation ist real. Tja. Ja, dann wird das noch spannend, wie das dieses Jahr weitergeht, auch mit den Zinserhöhungen. Hört sich ja dann auch eher so ein bisschen an, als würdest du auch davon ausgehen, dass nochmal eher was kommt, als dass es da auf einem Niveau bleibt. Ja. So, und damit sind wir mit den Makronues durch. Und jetzt kommen wir mal zu ein paar spannenden Themen im Bereich Unternehmen, beziehungsweise Quartalszahlen. Benjamin, ich glaube, die spannendsten Quartalszahlen, die auch für die meisten Diskussionen gesorgt haben, waren ja die von Paypal. Ja. Paypal ist ja um 12% gefallen. Und es haben sich zwei sehr krasse Lager aufgetan, habe ich beobachtet. Es gibt natürlich jetzt die, die Paypal den Untergang herbeischwören, weil das Problem bei Paypal ist, was viele sehen, dass die Anzahl der aktiven Accounts im zweiten Quartal in Folge gesunken ist. Jetzt nicht besonders stark, von 431 Millionen auf 429 Millionen, aber zweite Senkung in Folge. Und ja, das hat die Börse natürlich dazu bewegt, irgendwie davon auszugehen, dass Paypal auf dem absteigenden Ast ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die sagen, Mensch, das sind auch die Nachwirkungen von E-Commerce. Eigentlich sieht es bei Paypal ganz gut aus. Die Marge ist zwar etwas gesunken, aber in Zukunft geht man wieder von steigenden Margen aus. Und tja, ich weiß nicht, wie siehst du das Ganze rund um Paypal? Also, ich glaube, das Erste, was die Leute überrascht hat, war, die gehen ja auf irgendwelche Seiten und diese Seiten berichten ja immer genau zwei Sachen. Einmal das Umsatzwachstum und den Gewinn pro Aktie. Auch nicht irgendwie, wie hoch der gewachsen ist oder so, was ich immer sehr schade finde, sondern einfach nur den Gewinn pro Aktie und ob das dann halt irgendwie über oder unter den Analysten Schätzungen lag. Und das Problem ist, wenn man sich nur auf genau so zwei Kennzahlen versteift, ich finde, das Umsatzwachstum ist die wichtigere von beiden. Der Gewinn pro Aktie finde ich in vielen Fällen nicht mal so relevant. Dann kriegt man eine sehr einseitige Sicht auf Quartalszahlen. In dem Fall war es so, Paypal hat halt einfach sehr viele Zahlen, die relevant sind und sehr viele Zahlen, über die man sich freuen kann oder an denen man sich stoßen kann. Und hier war das einmal so natürlich, das Umsatzwachstum war in Ordnung, es war solide, so ungefähr wie erwartet. Sogar der Gewinn war ungefähr wie erwartet. Das Schöne war auch an sich, Paypal berichtet ja viele Kennzahlen, sowas wie zum Beispiel, wie viel Zahlungsvolumen gibt es, wie viele Transaktionen pro Nutzer, wie viele aktive Nutzer und so weiter. Zahlungsvolumen ist um 11% gewachsen, Transaktionen pro Nutzer sind sogar um 12% gewachsen. Also die Nutzer, die man hat, die aktiv sind, die nutzen Paypal sogar immer aktiver. Im Schnitt über einmal pro Woche. Und da habe ich mich schon mal gefragt, Philipp, wie oft nutzt du eigentlich Paypal? Also ich benutze Paypal auf jeden Fall mindestens einmal im Monat, wenn ich nämlich meinen Cloud-Speicher bei Apple bezahle. Dafür. Und ansonsten benutze ich es eigentlich schon für ziemlich viele Online-Shop-Transaktionen, wenn ich was kaufe. Also ich würde sagen, es kann schon sein, dass ich das einmal pro Woche benutze. Ich meine, ich benutze auch viel für Geld hin- und herschicken, aber das ist ja für Paypal eigentlich nicht so relevant. Ich glaube, es wird trotzdem reingezählt. Okay. Ja, also ich benutze es, um Geld hin- und herzuschicken und ich würde sagen, vielleicht alle zwei Wochen oder jede Woche einmal für irgendwas dann zu kaufen, wenn ich was im Internet kaufe. Also ich muss sagen, ich kaufe irgendwie nicht mehr so viel im Internet. Also irgendwie tut sich bei mir oft nicht so auf, warum ich was kaufen sollte. Aber also bei Amazon hast du ja zum Beispiel nicht die Möglichkeit, Paypal zu benutzen. Das ist mir zum Beispiel diese Woche aufgefallen, als ich mir ein Case für meine AirPods gekauft habe, dass ich dann dort einfach gar nicht Paypal benutzt habe. Ich würde grundsätzlich sagen, ich benutze es trotzdem tatsächlich etwas häufiger als der Durchschnitt, weil ich einfach HelloFresh damit bezahle. Und das heißt, jede Woche eine Paypal-Zahlung rausgeht, die sogar noch relativ hohes Volumen hat mit so ungefähr 60 Euro. Also da kommt schon was zusammen. Aber, also viele Leute kritisieren ja bei Paypal, dass die Zahlungsmethode eine Austauschbarkeit hat. Würde ich sagen, auf jeden Fall. Also du kannst Zahlungsmethoden relativ leicht switchen. Was mir aufgefallen ist, der Vorteil von Paypal ist auf jeden Fall, dass du deinen Usernamen hast und ein Passwort, was einfach viel einfacher ist als eine Kreditkarte, wo du dir irgendeine Nummer auswendig lernen müsstest. Also solange du die Kreditkarte nicht in deinem Browser speicherst und auch diesen CVC zum Beispiel auswendig lernst, ist ein Paypal-Konto die einfachere Art und Weise auf jeden Fall. Plus ist es in jeder Zahlungsstrecke eigentlich recht leicht integriert. Also das hat zumindest mal seine Vorteile. Naja, und was waren die schlechten Zahlen? Auf jeden Fall diese aktiven Accounts, die runtergegangen sind. Vor allem hat Paypal dann einen fiesen Trick gemacht. Normalerweise haben sie das immer von Quartal zu Quartal berichtet. Also die Q-over-Q-Zahlen, wie viel es gestiegen ist, weil es immer gestiegen ist. Und jetzt, wo es fällt, wird plötzlich auf einmal von Quartal über Quartal auf Jahr über Jahr gerechnet. Dass man so nochmal vielleicht ein bisschen länger rauszögern kann, dass man eigentlich wächst, was eigentlich total dumm ist, weil es immer auffallen wird. Man kann ja nicht der Börse irgendwie sowas, glaube ich, verbergen, indem man halt einfach mal so eine Rechnungsstellung irgendwie verändert. Und das ist ja auch ein Signal von, wir schämen uns eigentlich für diese Zahlen. Ich würde sagen, das Wichtigste und das, was auch dafür gesorgt hat, dass Paypal, also die Aktie, wirklich nochmal gefallen ist, das lag einfach daran, dass die Kredite langsam faul werden. Paypal vergibt ein paar Kredite an Händler und das verhagelt denen komplett gerade die Marge. Also die haben ja sowieso so ein Buy-Now-Pay-Later-Portfolio in Europa, was sie verkaufen mit 40 Milliarden Krediten. Da haben sie auch so einen negativen Cashflow, der daraus entsteht, ist aber eher ein Einmaleffekt. Und dann haben sie nochmal Händlerkredite, die eben theoretisch könnten wir uns die auch holen, wären wahrscheinlich sauteuer. Und da gibt es wohl mehr E-Commerce-Händler, die wohl Probleme haben. Und Paypal hat Rückstellungen gebildet und die Qualität ist wohl runtergegangen davon. Und eigentlich hatte Paypal für dieses Jahr mit steigenden Margen prognostiziert. Plus sie haben ja auch irgendwelche Effizienzmaßnahmen gesagt, dass sie das durchziehen. Und da erwartet man halt nicht, dass dann die Marge sinkt. Ja. Bist du eigentlich noch Paypal-Aktionär? Ne, bin ich tatsächlich nicht. Die ist einfach wegen der Verrechnung von Verlusten zum Opfer gefallen. Also deswegen ist sie nicht mehr in meinem Portfolio. Ich bin auch kein Paypal-Aktionär. Ich muss auch sagen, ich will jetzt keine, den Paypal-Aktionär nicht irgendwie schlechte, schlechten, irgendwie schlecht ins Gewissen reden. Ich hatte nie Paypal, weil es mich nie so immer 100% überzeugt hat. Auch so ein bisschen, weil ich auch Angst hatte vor Apple Pay und all dem ganzen Zeug. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt so dramatisch ist, wie auch der Aktienkurs es widerspiegelt und wie es jetzt auch teilweise in Social Media gesprochen wird. Ich glaube, Paypal ist einfach wegen, weil es ein großer, weil es ein großer, weil es ein großer Transaktionsdienstleister ist, vom, ja, von den Schwächen des E-Commerce gerade am stärksten betroffen und da lassen sich halt sehr schnell so Weltuntergangsszenarien herbeischwören. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt dann doch eher irgendwo in der Mitte. Genau. Also ich glaube auch, Paypal ist, hat sowas von, gibt mir so Meta oder Netflix-Vibes, so, dass man halt hier so eine Aktie hat, die richtig runtergeprügelt wurde. Wo einfach die Wachstumszahlen auch nicht mehr ganz so toll anknüpfen an das, was in der Vergangenheit passiert ist. Und ich mir durchaus einen Turnaround vorstellen kann, ob jetzt die Paypal-Aktie wieder, wo war sie, bei 250 Dollar, ich glaube, da werden wir jetzt etwas länger nicht mehr hinkommen. Da war die auch wirklich einfach brutal teuer. Da waren die mit einem KGV von irgendwie 60 bewertet oder so. Da habe ich mich auch gefragt, wo diese Bewertung denn herkommen soll. Und ich meine, die sind auch nur mit 20 Prozent oder so in der Corona-Phase gewachsen. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass da überragende Wachstumszahlen zustande gekommen sind. Ja, jetzt sind wir halt bei einem hohen einstelligen Wachstum noch. Paypal sagt aber auch, dass sie das eigentlich noch relativ gut halten können. Also irgendwo zwischen 5 bis 10 Prozent pro Jahr werden sie wachsen. Je nachdem, wenn es mit E-Commerce gut läuft, können sie vielleicht auch mal wieder ein zweistelliges Wachstum berichten. Und ja, wenn man halt auf E-Commerce hofft, ist Paypal eigentlich so eine Art Proxy, wie man in die ganze Branche rein investieren kann. Und man sieht das ja jetzt auch in der Zalando oder About You, Etsy oder sowas. Die laufen ja nicht wirklich sonderlich besser. Also die leiden eigentlich mit dem selben Problem. Tja, dann würde ich sagen, machen wir doch mit dem nächsten E-Commerce-Unternehmen weiter. Und zwar mit Amazon. Wenn man Amazon so noch als E-Commerce-Unternehmen bezeichnen kann. Ja, muss man nach den Quartals zahlen. Muss man nach den Quartals zahlen. Die Aktie ist auf jeden Fall um 10 Prozent gestiegen. Der Umsatz ist mit etwa mit 10,8 Prozent gestiegen. Was auf jeden Fall heraussticht, ja, es würde ich auf jeden Fall auf der einen Seite sagen, die Marge, die sich jetzt deutlich verbessert hat. Das Wachstum an sich ist auch gut und es kommt nicht unsignifikant, würde ich sagen, auch aus dem E-Commerce-Bereich. Ja, sogar signifikant aus dem E-Commerce-Bereich, weil nämlich in den USA ist Amazon um 11 Prozent gewachsen, international sind sie um 10 Prozent gewachsen, während AWS um nur 12 Prozent gewachsen ist, was eigentlich in meinen Augen die größte Enttäuschung war, die aber tatsächlich von der Börse schon vorausgesehen wurde. Also das haben viele Analysten haben damit geschätzt, dass AWS sogar langsamer als 12 Prozent wachsen wird. Und man muss sagen, durch und durch einfach komplett mit allen Zahlen umgehauen, plus auch nochmal eine ganz gute Erwartung gegeben für das nächste Quartal, was den operativen Gewinn angeht. Da rechnet man so mit 5,5 bis 8,5 Milliarden EBIT. Ich finde es auch immer toll, wie Amazon so eine breite Spanne angibt. Ja, so im Sinne von so wundert euch nicht, wenn wir halt einfach mal nur das halbe EBIT zahlen zu dem, was wir halt als obere Spanne angegeben haben. Ähm, ja und wirklich sehr, sehr gute Sache. Ähm, gerade im E-Commerce konnten die Kosten enorm verbessert werden. man hat das Marketing klein gehalten. Technologie ist an sich ein bisschen teurer geworden, aber operative Kosten sind eben halt nicht mal um 6 Prozent gestiegen, während der Umsatz um 11 Prozent gestiegen ist. Also dadurch hat sich einfach der operative Gewinn schön verbessert. Ähm, auch diese, ja, das internationale Geschäft, also wenn man irgendwie bei Amazon in Deutschland oder so kauft, dann macht Amazon damit im Durchschnitt einen Verlust. Da konnte man die Verluste aber zumindest mal halbieren. Genau, also Amazon Marge im Prinzip im Vergleich zum letzten Jahr mehr als verdoppelt, fast sogar verdreifacht. Ich glaube im Q2 äh, 2022 hatten sie noch 2,7 Prozent operative Marge, jetzt haben sie 5,7 Prozent Wachstum auch angezogen. Könnte auf jeden Fall deutlich schlechter laufen bei denen. Genau, also, worüber ich noch so ein bisschen reden wollte, war einerseits über AWS ist nur 12 Prozent gewachsen, während Azure und GCP, also Azure 26 Prozent und GCP um 28 Prozent gewachsen ist. Also, man sieht, AWS hat Marktanteile abgegeben und zwar deutlich. Ich würde sogar sagen, dass AWS langsamer als der Markt gewachsen ist. was ich mir noch nicht so ganz recht erklären kann. Also, vielleicht liegt es am Preis von AWS, aber zumindest mal konnten sie hier einfach nicht so gut überzeugen. Tja, also, ich muss auch sagen, es gab ja Zeiten, da ist AWS mit 20 oder sogar mehr als 30 Prozent gewachsen. Wenn man jetzt da auf die 12 Prozent guckt, ist das schon eher enttäuschend. Aber sie haben ja auch, ich glaube, sie haben ja auch da das Marketing stark runtergestraubt, oder? Also, sie haben die operativen Kosten tatsächlich jetzt im zweiten Quartal um 20 Prozent erhöht, während der Umsatz um 12 Prozent gewachsen ist. Also, da haben sie ihre Marge sogar verschlechtert. Wenn man sogar auf das gesamte, also auf die sechs Monate, die jetzt dieses Jahr passiert sind, rechnet, haben sie sogar die Kosten um 27 Prozent erhöht. Dementsprechend ist das EBIT von AWS sogar gesunken. Aber ich glaube, das liegt eher an den technologischen Kosten anstatt für eine viel Werbung. ja, die splitten das nicht so perfekt genau auf, aber trotzdem, also das EBIT ist gesunken bei AWS. AWS hat eben da jetzt ein Problem, der Umsatz wächst, aber die, ich glaube, die Bereitstellungskosten von AWS sind aber auch teurer geworden. und der Andy Jesse hat auf jeden Fall gesagt, er hat das so nett ausgedrückt, dass sich das Wachstum stabilisiert hat, bevor ich mir denke, so nach unten stabilisiert oder was. Naja, und er hat gesagt, die Kunden haben angefangen, rüber zu shiften von Kostenoptimierungen zu New Workload Deployment, also, dass man halt einfach neue Projekte angeht und ich glaube, das merkt man jetzt halt einfach noch so ein bisschen. Es wurden von vielen Kunden jetzt Kostenoptimiert, also sprich, man hat eigentlich AWS-Ressourcen gecuttet und jetzt meint er wahrscheinlich so mit Blick aufs dritte Quartal, dass es jetzt wohl hier neue Projekte gibt, die die Kunden angehen und dadurch würde dann wieder die AWS-Aktivität zunehmen. Könnte ganz interessant sein, also, ja, aber trotzdem natürlich Zahlen hatten, also AWS-Zahlen hatten so ihre Flaws, muss ich sagen und noch was, was ganz interessant ist, das ganze E-Commerce-Wachstum ist eigentlich getrieben durch durch die sogenannten Third-Party-Seller-Services, also sprich, dadurch, dass man eigentlich so FBA und sowas gepusht hat, das hat vor allem bei Amazon das Wachstum getrieben, was man ja auch schon in der Vergangenheit gesehen hat und das hat auch die bessere Marge, als wenn Amazon eben selbst irgendwelche Sachen verkauft. So, und dann haben wir noch als letztes Unternehmen die Apple, das Apple-Unternehmen, mit 3% ist die Aktie nach den Quartalszahlen gestartet oder ist um 3% gefallen. Ja, was soll man bei Apple sagen? Das Problem ist, dass eigentlich die ganzen Hardware-Produkte im Umsatz fallen, außer die Wearables, die sind ein bisschen gestiegen, aber mit dem iPhone ist der Umsatz zurückgegangen, bei Mac sowieso, iPad um 20% gefallen, aber die Services sind gestiegen. So, das macht jetzt etwa ein Viertel vom Umsatz aus mit mehr als einer Milliarden Abos und ich weiß nicht genau, wie sich die Marge jetzt bei Apple entwickelt hat, aber im Grunde müsste das ja eigentlich auch eine Margenverbesserung mit sich gezogen haben. Ja, interessante Annahme, gucken wir einfach mal rein. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass man so ein bisschen an Skaleneffekten verloren hat. Ja, und ich weiß auch nicht, wie die Verkaufspreise sich verändert haben. Wenn die natürlich nicht geschafft haben, Preiserhöhungen weiterzugeben bei den Hardware, dann wird es auch nicht helfen, mehr Service-Produkte zu verkaufen. Ja, was ich enttäuschend finde, sind tatsächlich die Mac-Sales, weil ich dachte immer, dass der M1 krasser ziehen wird, also dass irgendwie der M1, dieser Prozessor, der einfach im MacBook drin ist, dass der alle anderen auch so sehr begeistert, aber hat sich nicht so ganz bewahrheitet anscheinend. Also es ist wohl für viele immer noch nicht so das Kaufargument, wo ich sagen würde, wenn du ein Apple-Produkt hast, hast du halt einfach den besten Prozessor der Welt drin und wenn du halt irgendwie ein Windows-Produkt kaufst, dann musst du dich halt mit einem sehr viel schlechteren Prozessor zufrieden geben. Gleichzeitig bezahlst du aber teilweise genauso viel Geld für das Produkt. Ich sehe, die Maris, glaube ich, gefallen eher ein bisschen. Ja, ich muss mal, Moment, wir gucken mal. Also der Umsatz ist ja jetzt im Moment, aber das EBIT hat sich eigentlich kaum bewegt. Der Umsatz ist aber leicht gefallen. Also der Umsatz ist ja so ungefähr nur eine Milliarde gefallen. Das EBIT ist aber nur um nicht mal 100 Millionen gefallen. Müsste eigentlich sogenannte Margen verbessern, aber marginal. Also reden hier über, so wir reden über 27,8 im letzten Jahr und 28,1 jetzt im Quartal. Also ja, es gab eine kleine Margenverbesserung, wahrscheinlich durch die Services einfach, aber vielleicht auch einfach, dass Apple an sich ein bisschen tighter war. Also hier zum Beispiel Selling, General und Admin ist sogar runtergegangen bei Apple. Also sprich, Marketing, Vertrieb, Verwaltungskosten sind von einem Jahr aufs andere gesunken. So und dann gibt es eigentlich nur noch eine ganz spannende Anmerkung. Es gibt Spekulationen darüber, dass das iPhone später kommt. Weißt du warum? Nee, tatsächlich nicht so. Ich weiß nur, dass es auch Spekulationen gibt, also produktionsbedingt soll es wohl auch weniger produziert dann werden, als man eigentlich gedacht hat. Das ist natürlich alles nur Spekulationen von irgendwelchen Insidern. Ich schätze mal, es kann halt echt irgendeinen Produktionsgrund geben, dass es da vielleicht so ein krasses iPhone wird, dass es ein bisschen verzögert kommen muss. So, wir haben aber noch weitere Quartalszahlen, Benjamin, aber die gibt es jetzt nicht hier im Podcast. Wo gibt es die denn sonst? Wir reden hier zum Beispiel über Firmen wie Paycom, über CVS Health, Starbucks. Paycom hat sich zum Beispiel um 18 Prozent nach den Quartalszahlen nach unten bewegt. Und erstens im Newsletter, lieber Podcast-Zuhörer, wirst du alle Sachen finden. Tatsächlich bekommst du auch dieses Mal das erste Mal die Gelegenheit, nachdem du den Podcast gehört hast, den Newsletter zu abonnieren, weil wir den Podcast-Tag jetzt einen Tag vorgezogen haben. Genau, dort würdest du die Quartalszahlen finden und in unserer Premium-WhatsApp-Gruppe für unsere Premium-Mitglieder, da haben wir auch die Zahlen sogar eingeordnet. Also es lohnt sich auf jeden Fall bei uns Premium-Mitglied zu sein. Wenn man in unserer WhatsApp-Gruppe ist, dann bekommt man einfach den schnellsten Service, nachdem die Quartalszahlen partiziert sind. Also zum Beispiel nach den Amazon-Quartalszahlen habe ich dann auch direkt mal ein paar Takte dazu geschrieben, ob die jetzt gut waren, ob die schlecht waren. Du hattest jetzt hier im Podcast die Gelegenheit quasi, das alles mit ein bisschen Verzögerung mitzubekommen, aber da waren natürlich auch noch ein paar Quartalszahlen mehr und das ist einfach der Service, den wir für unsere Mitglieder machen. Genau, wenn du noch nicht in der WhatsApp-Gruppe bist, kriegst du dazu einen Einladungslink, wenn du dich auch bei uns anmeldest. Ansonsten, wenn du schon bei uns Kunde bist, guck vielleicht mal in deinem Spam-Ordner. Wir haben jedem Kunden eine Mail geschickt, wo man in die WhatsApp-Gruppe reinkommt, da dann einfach mal nachschauen und wenn das alles nicht funktioniert, dann einfach mal bei uns melden. Genau, komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe, bei uns gibt es keine Box. Da ist bei uns gibt es direkt GT3er-S. So, und damit kommen wir dann auch schon zum letzten Punkt und zwar zu Heimer. Heimer ist ein Unternehmen, das am Freitag bei uns in der Premium-Analyse erschienen ist und wir nutzen noch die paar Minuten, die uns bleiben, um dir das Ganze mal näher zu bringen, lieber Zuhörer. Heimer ist ein britisches Unternehmen aus dem Industriesektor, wobei man sagen muss, die Auswahl des Sektors ist für ein Unternehmen wie Heimer immer gar nicht so einfach und für Unternehmen deres Gleichen und zwar ist Heimer ein sogenannter Serial Acquirer. Wenn du uns länger verfolgst, dann wirst du merken, dass das jetzt schon einer der häufigeren Aktienanalysen ist, die wir bei uns machen, weil das einfach sehr spannende Unternehmen sind. Kurz zur Einordnung, Heimer ist etwa 10 Milliarden Euro groß, ist jetzt kein riesiges Unternehmen, hat aber ein sehr stabiles Umsatzwachstum, hat eine gute Marge, ist an sich von den Kennzahlen her ein sehr gesundes Unternehmen und hat sich darauf spezialisiert, Nischenunternehmen aus drei Bereichen aufzukaufen in seinem Produktportfolio und zwar aus den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz und macht damit wirklich eine sehr gute Rendite, ist gleichzeitig ein moralisches Investment, kann man sagen und ist ein Unternehmen, was ich aufgrund mehrerer Faktoren wirklich spannend finde. An sich ist das Produktportfolio sehr vielfältig, also es gibt da so Rufgeräte für Krankenschwestern, es gibt bestimmte medizinische Geräte, die flüssig die Medikamente pumpen, es gibt aber auf der anderen Seite auch Feuermelder und Feuerschutzanlagen für Baustellen, also ähnlich wie bei Lagerkranz, was ich ja vor zwei Wochen mal vorgestellt habe, ist das auch ein Unternehmen mit einem sehr breiten Spektrum an verschiedenen Unternehmen, es gibt beispielsweise auch Displays für Fahrstühle, also da ist wirklich viel dabei. Was Halmer auf jeden Fall sehr spannend macht, ist, dass sie sehr gut in dem sind, was sie tun, also sie haben eine sehr gute Übernahmestrategie, haben auch eine gute Ausführung, wenn das Unternehmen dann mal gekauft würde, ist bei sich zu integrieren, denn es ist ja so, nicht jeder Serial Acquirer verhält sich gleich mit den übernommenen Unternehmen, es gibt welche, die lassen die laufen, machen da kaum was, es gibt welche, die mischen sich da mehr ein und Halmer ist ein Unternehmen, die mischen sich tatsächlich ein bisschen stärker ein, investieren aber sehr viel Geld und auch eigene Ressourcen, um diese Unternehmen dann voranzubringen, um die international expandieren zu lassen, beispielsweise mit eigenen Verteilungszentren auf der ganzen Welt, mit eigenem Know-how in der Markenbildung und tatsächlich ist Halmer Unternehmen, wo ich sagen würde, die haben eine der besten Ausführungen, was mit übernommenen Unternehmen passiert, was ich auch bei der Recherche für diese Analyse rausgefunden habe, was ich sehr spannend fand, ist, ich habe mir mehrere Interviews mit ehemaligen CEOs angehört und durchgelesen, die von Unternehmen waren, die Halmer mal übernommen hat und die haben so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das Ganze abläuft und was Halmer dann eigentlich später macht und da gibt es zwei ganz spannende Sachen, die ich noch mit euch teilen möchte oder mit dir teilen möchte, lieber Zürcher. Und mit mir teilen. Und mit Benjamin. Aber vielleicht weißt du das ja auch schon, dass Halmer an sich lieber Unternehmen tatsächlich übernimmt, die gar nicht zum Verkauf stehen. Halmer ist da sehr gut in der Marktanalyse, um spannende Unternehmen zu finden, die eigentlich gar nicht unbedingt gefunden oder gekauft werden wollen. Und Halmer zahlt dann aber tatsächlich auch immer etwas höheren Preis, ist aber dafür nicht in einem Bieterwettbewerb und kann sich so ein Unternehmen praktisch ja auf eine freundliche Art und Weise einverleiben. In dem ist das Management überzeugt, von den eigenen Fähigkeiten überzeugt, von der Richtigkeit so einer Übernahme überzeugt. Und dann haben sie aber am Ende halt ja ein Unternehmen, was sehr gut dasteht, weil es ist ja oft auch die Frage, warum verkauft man und vielleicht läuft es dann ja auch nicht so gut. Und bei Halmer ist es so, die kaufen sich sehr gute Unternehmen, die eigentlich gar nicht, wo der Besitzer gar nicht verkaufen will. Kaufen sie dann trotzdem, schaffen sie. Und Halmer bemüht sich halt dann wirklich sehr stark, die Unternehmen zu integrieren. Es gibt dann Führungsworkshops, also es gibt dann regelmäßige Schulungen, es gibt kleine Änderungen im Management, wo sie denken, das macht strategisch Sinn. Und was ich auch ganz spannend fand, es gibt alle zwei Jahre bei Halmer so eine interne Messe, wo alle Unternehmen auf einer Messe sich gegenseitig die Produkte vorstellen, man da networken kann, um auch so ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, um auch zu merken, dass Halmer ein Unternehmen ist, wo die Unternehmen auch im Zweifelsfall zusammenarbeiten, wo man als Mitarbeiter auch im Zweifelsfall zwischen den Unternehmen wechseln kann, wenn man denkt, dass die eigenen Ressourcen vielleicht an einer anderen Stelle gebraucht werden können. Ja, und dann wird das Ganze noch kombiniert mit einer ziemlich strengen Vorgabe, was das Wachstum angeht. Also zweistelliges Gewinnwachstum ist im Jahr notwendig, ansonsten wird auf die Finger gehauen. Also da ist es tatsächlich so, dass man da immer versucht, das zu erreichen und darauf kommt es eigentlich auch nur an. Mehr will Halmer eigentlich gar nicht haben, das ist mehr als zweistelliges Gewinnwachstum. Also bei jeder Portfolio-Company? Ja. Krass. Das sind ja ungefähr 40 Stück, oder? 45 sind es, genau. Hut ab. Also wenn man es schafft, einfach 45 Unternehmen in einem Konzern zusammenzuhalten, wie ist das? Fusionieren die auch mal Sachen? Also sagen die halt so, wir haben zwei Sachen aufgekauft und es passt ja ganz gut zusammen? Ja, tatsächlich machen sie das auch häufig. Also es gab beispielsweise einen Hersteller von Analysegeräten, wo sie dann den gekauft haben, also für so Luftanalyse und dann haben sie andere Unternehmen gekauft und die dann da integriert. Also da ist Halmer betreibt tatsächlich relativ viel Aufwand, das zusammenzuführen. Sie haben aber auch eine sehr gute Struktur, muss man sagen, was das angeht. Sie haben ja verschiedene Segmente und in diesen Segmenten gibt es nochmal Subdivisionen und diese Subdivisionen haben alle nochmal eigene Führungspersonen, die auch für Übernahmen verantwortlich sind, wodurch auch so ein bisschen dieser, ich sage mal, dieser Skaleneffekt bei den Übernahmen zustande kommt, um auch viele Manager zu haben, die viele gute Übernahmen tätigen können. Okay, ich habe jetzt eine Frage. Die Halmer Aktie, muss man ja auch mal drüber gesprochen haben, hatten auch in unserer WhatsApp-Gruppe tatsächlich einige Leute gesagt, die ist ja jetzt nicht so gelaufen in den letzten Jahren, also seit Ende 2021, also genau quasi Silvester 2021, wenn du da gekauft hättest, hast du jetzt 33% Minus gemacht auf Kursbasis. Was ist da passiert? Ist da was passiert? Und was hat das jetzt für Auswirkungen für mich, wenn ich heute Halmer kaufe? Also man muss sagen, Halmer ist natürlich ein Industrieunternehmen, ist so ein bisschen auch von, dann natürlich von der industriellen Entwicklung abhängig. Wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt bei Halmer, dann muss man sagen, ist das Verständnis für den Kurseinbruch eigentlich relativ gering. 2020 ist der Umsatz leicht zurückgegangen, aufgrund der Pandemie. Danach ist er aber dafür umso stärker wieder gestiegen. Die Marge hat sich kaum verändert. Die Wachstumsaussichten sind auch im Wesentlichen gleich geblieben. Meine Meinung dazu ist, und das habe ich auch so, also das hat sich auch bei meiner Recherche weitestgehend bestätigt, dass Halmer einfach eine sehr teuer bewertete Aktie war. Es gibt jetzt so ein paar Unsicherheiten, weil man nicht genau weiß, wie hart wird die Rezession kommen, wie sieht das mit der Inflation aus. Und das hat einfach nochmal für einen Bewertungsabschlag bei Halmer gesorgt. Ich würde aber deswegen sagen, dass gerade, dass die Aktie da auch einfach relativ teuer war und jetzt dann dadurch womöglich einfach ein ganz guter Zeitpunkt ist, um mal da einzusteigen. Also als die eingebrochen ist, hatte sie ein 50er KGV, jetzt hat sie etwa ein 30er KGV. Das passt meiner Meinung nach auch deutlich besser zu den Zahlen als das, was davor anlag. Aber unternehmerischer Seite muss man sagen, gab es da jetzt keine großen Ursachen dafür, dass der Kurs um 40 Prozent eingestürzt ist. Genau, das würde ich auch nämlich sagen, darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Es gibt einfach manchmal Aktien, die hoch bewertet sind. Und ja, dann geht es auch mal wieder runter. Und das sind dann die Gelegenheiten vielleicht, wo man dann kaufen kann. So sieht es aus. Die Analyse verlinken wir mal in den Shownotes. Da kannst du dir das lieber Zuhörer nochmal anschauen. Ich, ja genau, das war es auch schon. Lieste die Analyse auf jeden Fall durch. Spannendes Unternehmen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.